moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal danke dass du da noch wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der five m reihe und zwar haben sich sehr viele von euch gewünscht den kostenlosen job creator ja den gibt es wirklich und er sieht auch gut aus aber ich muss euch leider mitteilen dass er nicht so wirklich funktioniert zumindest ist auf meine version ich habe das ganze mal ein paar tage ausprobiert habe noch ein bisschen rum gefällt und 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 aber leider bekomme ich das wirklich nicht zum laufen aber wie sieht das ganze dann überhaupt in game aus in game sieht das ganze dann so aus mit diesem befehl könnt ihr dann jobs erstellen ja und hier könnt ihr einfach so eingeben zum beispiel nehmen wir einfach mal was anderes wir nennen das ganze einfach mal test und hier und dann auch test rein ja und somit ist der job schon fast erstellt als nächstes müssen wir natürlich das postmenü setzen so als nächstes können natürlich das inventar hier auch setzen und auch mehrere sätzen also wir haben natürlich ziemlich viel auswahl hier kommt einfach ein name rein dann wir das ganz einfach lager hier kommt das gewicht rein, also wie viel man Platz hat und hier kommt die slots für das oxenbiter rein hier kommt noch mal der rang für den job ein und das können wir dann ganze erstellen wir können natürlich auch wie gesagt mehrere erstellen das ist noch nicht das so problem auch nicht mit dem klamotten menü ist auch gar kein problem wir müssen hier nur einfach enter und das ganze hier bestätigen und dann ist das ganze auch schon gesetzt so als nächstes kommt die garage die ist eigentlich auch ganz simpel gemacht wir können hier so den anfangspunkt wo man hingehen muss und wir können natürlich dann auch auswählen wo sich das ganze dann auspacken lässt also dann spawn und dann kommen wir zum punkt der raschen liste hier können wir halt angeben welche fahrzeuge überhaupt in die liste gehören also diesen job das heißt wir nennen das jetzt ganze einfach blister also hier ist der label name blister also können wir das ganze auch groß schreiben hier können wir hier müssen wir sogar den wirklichen namen eingeben das heißt blister in klein hier können wir die color angeben also die farbe und hier können das ganze auf fullkit machen hier können wir einen custom kennzeichen machen für die fraktion dann quasi und mit welchen rang kann man das ganze auspacken so und nun haben wir gesehen das menü schließlich einfach das heißt jetzt wenn wir das nicht wieder aufrufen und wenn wir mal die f8 konsole betrachten gibt es jemanden fehler in der konsole also ich werde euch natürlich noch ein paar fehler kurz einblenden hier es ist ja nicht so cool es wäre natürlich eine coole sache gewesen für die leute die sich das ganze auch gewünscht haben kostenlos und es ist ja auch aber nur der hersteller hat das auch schon seit einem monat nicht mehr geupdatet und post ist auch nicht so viele sind auch nicht so viele kommentare vertreten daher vielleicht könnt ihr da was bewirken ja wenn die masse halt schreibt ob das ganze noch mal für die neueste esx version geupdatet wird ja wie gesagt hier ein fehler und nun gibt es natürlich auch noch einen zweiten command und zwar mit diesen command können wir die vorhandenen jobs aufrufen und sie bearbeiten nur wird hier nichts erstellt wie das ganze genannt haben auch wenn wir jetzt zum beispiel das ganze jetzt noch mal machen werden das ganze einfach den job werden wir jetzt haben dann und über netz hier das boss menü setzen und wir werden das ganze hier unten speichern und zwar erst hier unten wenn wir das ganze dann auch wirklich speichern nun könnt ihr hier live sehen hier wird nichts gefunden der name wird zwar angelegt in der datenbank das kann ich euch auch noch mal zeigen und zwar haben wir das ganze hier unter jobs und zwar sehen wir jetzt hier unseren angelegten hier habe ich das ganze mit bg auch versucht und so weiter und so fort das ding ist es wird wirklich nur das ganze unter jobs gespeichert das heißt in job grades haben wir das ganze gar nicht auch wenn wir die jobs hinzufügen haben wir das ganze auch nicht das kann ich gleich nochmal präsentieren und zwar wenn wir das ganze hier mal schließen wir werden jetzt hier nochmal einen neuen job erstellen oder auch noch mal ein bisschen mehr so dann setzen wir hier einfach das boss menü genau da können wir dann die ränge festlegen und zwar wollen wir dann eins 1 erhalt 500 oder schon das erstellt dann können wir gleich auch den boss menü machen boss dann label boss sind groß und kriegt natürlich hier so ja das haben wir gemacht dann gehen wir zurück und genug speichern so wie auch jetzt wird das leider nicht geupdatet wieso auch immer ähm ja da kann ich euch wirklich nur den gekauften job creator empfehlen der hat eine coole oberfläche ihr habt sehr viele sprachen und wenn ihr dazu nochmal ein video wollt und jetzt könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben und ja hiermit wollte ich einfach nochmal zeigen dass sowas eigentlich gar nicht auf meinen kanal kommt aber ich euch ein bisschen auch zeigen wollte dass wenn was schief läuft ja nämlich versuche noch einiges zu ändern und dann sind wir leider auch schon am ende des videos angelangt falls euch das video trotzdem gefallen haben so hört ihr dann lasst doch für immer einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder auch da rein und ciao ciao musik bis du Untertitelung. BR 2018